Also für mich macht einfach nur Glück und Geschmack gehört natürlich mit dazu. Also zum einen ist es meine Arbeit, zum anderen ist es aber wirklich mein Leben. Ich mache es eben auch schon seit über 26 Jahren. Also muss ja viel Leidenschaft und Liebe dabei sein. Viele meiner Inspirationen bekomme ich glaube ich von der Umgebung. Mein Grundsatz ist wirklich Regionalität und Saisonalität. Wenn was in der Saison gerade ist und wächst und gedeiht, dass man sich davon inspirieren lässt. Wir sehen wirklich zu, dass wir so viele Sachen wie möglich aus dem Engelberger Tal und Umgebung herkaufen. Dann muss man natürlich auch seine Umgebung wirklich kennenlernen. Dann hat man nochmal einen ganz anderen Bezug zu diesem Produkt und ist dann vielleicht viel aufgeregter dieses Produkt dann auch auf den Teller zu bringen. Das Telefon in meinem Büro hat geklingelt. Die Swiss war am Telefon und hat gefragt, ob ich Lust hätte dieses zu machen und die Aufregung war sofort da. Die Marke Swiss für mich bedeutet Gastfreundschaft, die Leidenschaft zum Essen. Sie sind sehr detailorientiert, sehr akkurat. Beim Kreieren der Menüs war mir wichtig, natürlich den Kanton im Vordergrund zu haben. Dass wirklich Leute die Möglichkeit haben, den Kanton und die Produkte besser kennenzulernen. Und der Gast die Möglichkeit hat, eine Reise über Obwalden auf dem Weg zu seinem finalen Ziel zu haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.